Mit Kaffee und guter Laune geht es hier wieder in die nächste Folge von unserem Twilight Princess Randomizer hier in der Mine der Geronen. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt und es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part ordentlich was bekommen. Äh, genau, da unten der Elektrostrom, der magnetische Sog wird aktiviert. Genau, wir haben richtig geil viele Schlüssel bekommen. Das war echt gut. Mal sehen, was wir hier haben. Ah, Geld. Keiner braucht Geld. Mann, dieses Geld. I don't like it. So, Tür geht auf. Wir sind durch. So, warte, ich schieße die jetzt erstmal hier kurz aus und aus. Und dann habe ich Zeit für euch, meine lieben Jungs. So, also theoretisch könnten wir hier schon weiter. Aber, wir haben oben noch eine Schatzkiste. Genau. Da ist eine Schatzkiste. Ah, da muss ich so lang. Okay, mal gucken, was wir in Schatzkiste Nummer 2 in dieser Folge bekommen. Hoffentlich kein Geld. Komm schon. Oh, die fühlt sich leicht wie eine Feder an. Ey, da, geil. Was heißt, den Schattenspiegel haben wir jetzt auch completed? Sehr schön. Ja, wir bräuchten halt hier langsam mal ein bisschen Stuff, ne? Da fehlen uns fünf kleine Schlüssel. Ey, echt? Wir haben da noch gar nichts? Echt? Warte mal. Äh. Wüstenburg. Doch, da. Hä, wir haben in der Wüstenburg einen kleinen Schlüssel. Habe ich vergessen scheinbar zu drücken. Zack. Wüstenburg, kleiner Schlüssel. Hammer ein. Jo. Warum habe ich den nicht aktiviert? Komisch. Ähm. Ja, ansonsten. Sieht so aus, wie es aktuell ist. Ähm. Schattenkristalle. Da fehlt uns noch einer. Genau. Okay. Alles klar. Sehr schön. So, warte mal. Da bin ich jetzt mal faul und schieße da mit dem Pfeil rein. Ähm. Und kriege ich denn hier vielleicht ein paar Pfeile? Mann. Aktuell nicht so viel Glück mit Pfeilen. Doch da. Geil. Sehr schön. Und weiter geht's, Leute. Ich glaube, wir kommen jetzt auch. Kommen wir jetzt schon in den nächsten Raum mit dem Weisen? Oder wo geht's jetzt hin? Ne, noch nicht. Ah, okay. Hier gibt's auch einiges zu holen. Sehr gut. Ja, 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 ja. Das gefällt mir. Äh. Ich glaube, unter Wasser auch. So, wir machen erstmal ein bisschen Snipern hier. So, zack. Zack. Ja, das war daneben. Zack. Sehr gut, sehr gut. Die Musik, ey. Ich kann diese entspannende Musik irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. So. Aber ich geh mal kurz hier runter. Denn ich glaube, im Wasser gibt es was, oder? Gibt's hier nicht irgendwo eine Schatzkiste? Oder irre ich mich? Äh. Vielleicht irre ich mich auch. Weil aktuell sieht's irgendwie nicht so aus. Ich hab jetzt so erstmal nichts erkannt. Okay. Vielleicht irre ich mich. Gehen wir erstmal hier hoch. Wir sehen ja dann, ob was übrig bleibt. Was wir aber machen können, ist auf jeden Fall uns mit dem Enderhaken da oben dran zu ziehen. Denn da oben gibt's auf jeden Fall auch eine Schatzkiste. Warte mal. Müssen wir aber trotzdem hier noch ein bisschen hin. Wo im Normalfall ein Herzteil drinne ist. Was ziemlich gut versteckt ist, muss man sagen. Das tut so weh. Mann. Das tut so weh, Leute. Okay. Ähm. Bogen. Bam, Alter. Alles weggesprengt. Was ging. So. Ja, hier geht's dann zum Zwischenboss, glaub ich, ne? Oder, ne, da ist schon Endboss-Time. Da ist schon Endboss-Time. Okay. Äh. Wir haben da noch eine Truhe. Sollen wir kurz wieder ins Wasser springen. Ne, doch. Hier unter Wasser ist die Truhe. Guck mal, hier. Ich hab sie gesehen. Ja. Zack. Mal gucken. Lohnt er sich denn hierfür? Ach, die Schleuder. Ah, ja. Gut. Sobald du den Bogen hast, ist die Schleuder eigentlich useless. Aber, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Sollte man die Munition leer sein, kann man doch dann auf die Schleuder zurückgreifen. Oder als alternative Munitionsvariante benutzen. Aber ist jetzt nicht so das krasse Item, ja. Man braucht es nicht hundertprozentig. Aber für die hundertprozentig im Randomizer, nehmen wir sie natürlich mit. Siggi. So. Dann haben wir hier noch eine Schatzkiste. Öp. Was? Zack. Die letzte in diesem Raum auf jeden Fall. Und eine Geisterseele Nummer 27. Die nehmen wir auch mit. So, und hier? Geht es noch in einen Raum, oder? Der irgendwie auf der Karte gar nicht verzeichnet ist. Aber hier geht es nur nach oben. Okay. So. Erst mal ein Schluck Kaffee getrunken. Okay. Hm, ja. Aber wir gehen jetzt erst mal nach hier weiter. Richtig? Bin ich jetzt richtig? Warte mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ja, der lila Punkt ist der Boss, ne? Müsste, glaube ich, so sein. Okay. Weiter geht's. Hier gibt es eine Schatzkiste. Die steht direkt da drüben. Okay. Ah ja, ich erinnere mich. Miau. Das ist mega lustig, ey. Okay, und da kann ich dann... Wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Ich komme dann da oben raus. Ah, verstehe. Gut, aber hier gibt es jetzt auch wieder zwei Schätze, ne? Einmal vom Weisen und einmal vom... Von der Schatzkiste. Hi. Was hast du denn für mich? Wieder nur Bomben. Ihr seid bombig, Leute. Richtig bombig. So. Und eine weitere Geisterseele. Nummer 28. Da fehlen halt auch noch... Sagenwobene 32 Stück. Und man bekommt im Endeffekt ja nur Geld dafür. Was ich überhaupt nicht brauche. Warum Randomizer? Das ist leider so. Aber wir wollen natürlich die 100% anstreben. Deswegen nehmen wir sie gerne mit. So. Dann einmal hier rüber rennen. Zack. Und eine weitere schöne Schatzkiste. Noch eine Geisterseele. Okay, wir sammeln gerade schön Geisterseelen. Ähm, ich glaube hier ist jetzt Miniboss-Time, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ihhh... Ihhh... Jo. Alles klar. Let's go! Ähm. Bam. 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 Ich seh' überhaupt nix. Entschuldigung, mein Freund! Viel Spaß in der Lava! War so lustig. Du solltest an deiner Angriffsgeschwindigkeit arbeiten, Kumpel. Easy peasy lemon squeezy! Tut mir ja leid. Aber du bist ein bisschen schwach. Und du hättest auch einfach mit mir reden können, ne? Also, versteh' ich jetzt gar nicht deinen Unmut. Wir können ja erst reden und dann kämpfen. Oder, ja, wenn ich dir die falschen Sachen sage. Aber ich bin nun mal ein netter Kerl eigentlich. Hättest mich nicht verhauen müssen. Siehst ja, was dabei rumkommt. So! Wir kriegen einen Schatz, Leute! Den Schatz der Gronen. Eigentlich der Bogen. Aber der wurde natürlich gerandomized. Und wird wahrscheinlich jetzt etwas anderes darstellen. Denn wir haben ja den Bogen schon. Es sind fünf Robine! Meine Güte, ihr seid so reich. Das Volk der Gronen ist ein richtig reiches Volk. Das ist der Wahnsinn. Der absolute Burn-up! So! Na dann! Hä? Er wollte schon sagen. Was ist denn mit dir? So! Zack! Jetzt muss ich die erstmal alle abschießen hier. Und zack! Und zack! Und zack! Und zack! Zack! Und zack! So! Das hätten wir! Hier gibt es eine Schatzkiste. Und da geht es noch in einem Raum weiter. Irgendwo muss auf jeden Fall noch ein Weiser sein. Oh nein! Ein kalter Wind! Hier sollte es keinen kalten Wind geben. Dü dü! So! Ja wir haben es bald geschafft Leute. Der Dungeon ist bald rum. Ich hoffe wir bekommen noch den Boss Key irgendwo. Das wäre ganz toll. Jetzt haben wir nochmal zwei Chancen. In der Schatzkiste und in einem Item. Ein Geruch von Wasser und Fisch steigt in die Nase. Geil! Jo! Wir haben den letzten Schattenkristall! Das heißt damit... Können wir jetzt auch in Schloss Hyrule rein? Glaube ich. Da können wir ja auch ordentlich was machen in Schloss Hyrule. Denn... Wir haben drei kleine Schlüssel. Das heißt im Schloss Hyrule können wir auch einfach komplett eskalieren. Wird aber echt schwer halt mit einem Holzschwert. Das wird heftig. Okay. Aber ja theoretisch könnten wir in Schloss Hyrule rein. Ich hoffe ja, dass wir langsam mal das nächste Schwert bekommen. Das wäre toll. Ein Herzteil. Okay, let's go. Weil im Schloss gibt es halt tausend Nimbus Garde. Und gefühlt alles andere. Ähm... Mit einem Holzschwert? Wahnsinn! Das wird äh... Richtig ekelhaft werden. Wäre schon geil, wenn wir zumindest das Ordons Schwert bekommen. Oder noch besser das Masterschwert. Das wäre toll. Würde ich mich sehr sehr drüber freuen. Weil aktuell machen wir halt null Schaden. Äh... Da würde ich mich... Ja, noch nicht so richtig gegen den Nimbus Garde rantrauen. Weiß nicht wie ihr das seht. Könnte ein bisschen länger dauern. So... Ähm... Ich schieße mal hier kurz. Fleißig rein. Okay. Weg damit. Keine Pfeile. Keine Pfeile. Hm... 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 Im nächsten Raum gibt's dann auch wieder eine Schatzkiste. Dann sind wir wieder im Hauptraum, ne? Ja. Okay. Ähm... Weißt du was? Ich werd das mal ein bisschen vereinfachen hier. War eigentlich auch im Endeffekt ein paar Pfeile. Äh... Ich da einfach mit einer Bombe reinballer. So... So. So. Hm... 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 So, was ist das hier jetzt? Äh... Hä? Hä? Komplett verrührt. Achso, hier ist noch ein, äh, Schalter. Ah, verstehe. Warte, warte, warte. Mach ich mal kurz den. Mach wieder normale Pfeile drauf und... Shoot! Wow! Zehnmal daneben geschossen. So, und jetzt wieder Hauptraum, ne? Jo. Alles klar. Eine Schatzkiste noch. Mal gucken. Oh! Ein Insekt. Sehr gut. Könnte halt potenziell wieder alles sein. Hm... Zack. Nein! Was ist das denn? Hm... Hm... So, und jetzt müssen wir wieder in den anderen Raum rein. Zack. Oh Gott, ist das laut. Schnell weg hier. So. Ja, wir haben alle Schatzkisten, ne? Ja, das heißt, wir können jetzt nur noch vor dem Bossraum latschen, quasi. Und uns fehlt halt noch ein Schlüssel. Shit. Schade, dass wir sich abschließen können. Schade. Wirklich. Ärgert mich ein bisschen. Au! Zack, mein Janne. Oh! Aua. Ja. Hm... So, zack. Mach auf das Ding. Und wir rennen hier mal schnell durch. Ja, ich geh noch schnell in den Bossraum. Oder zum Bossraum. Dann werd ich da mit Tante mich raus teleportieren. Ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich das möchte, dass ich dann später einfach hierher komme und mich wieder rein teleportieren kann. Das wär ja schon ziemlich cool. Attacke! Feuer frei! Macht der toll. So. Und einmal rüber, bitte. Schneller! Oh Gott. Hallo! Das hab ich ganz toll gemacht. Ich bin ein richtiger Pro-Schütze. Ach, Mann. So, jetzt aber. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich glaube, das ist eine ganz gute Chance, das hier zu machen. So, rausgehen. Let's go. Tschüss. Nö, nö, nö. Okay. Ja, was können wir machen, Leute? Was können wir tun? Wir sind jetzt wieder hier. Ich würde sagen, ich teleportiere mich erstmal zum Schloss von Hyrule. Ich will mal gucken, ob wir ins Schloss rein können. Das würde ich gerne noch schnell in der Folge rausfinden, damit ich dann weiß, wie ich in der nächsten Folge planen kann. Weil dann würde ich wirklich im Schloss erstmal versuchen, weiter vorzudringen. Es wird zwar echt schwer werden, gegen so Nimbus Garde und so zu kämpfen. Das wird echt eine Herausforderung. Aber ich denke, da können wir einige Schätze holen. Also wirklich einige. Auch wenn wir da wirklich unser gesamtes Geschick auf die Probe stellen müssen. Also, alles. Wir haben zum Glück Bombenpfeile. Damit kann man ein bisschen was machen. Wir haben halt den Kleider noch nicht. Weil der Kleider ist potenziell eigentlich auch sehr wichtig fürs Schloss. Da gibt es einige Stellen, da braucht man den. Müssen wir da mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich gucke erstmal, ob wir überhaupt reinkommen. Es kann ja auch sein, dass wir alle Dungeons abgeschlossen haben müssen, bevor wir ins Schloss können. Deswegen, wir gucken erstmal kurz. Mal gucken, was passiert. Ne, es geht nämlich nicht. Obwohl ich alle habe. Funktioniert es leider nicht. Kann auch sein, dass ich das Master Schwert brauche oder so. I don't know. Oder halt wirklich alle Dungeons. Ja, ich glaube nämlich eher, das ist es. Ich muss in der Story noch weiter vorankommen. Ansonsten wird das leider nichts. Okay. Heißt, wir müssen wirklich schauen, wo es weitergeht im nächsten Part. Das kann ich nämlich noch nicht klar sagen. Wir könnten in der Wüstenruft nochmal gucken, ob wir da irgendwas finden. Ja. Da können wir nochmal gucken. Ansonsten sieht es mau aus. Bin ich ehrlich. Wassertempel können wir reingucken. Das sind die zwei Orte. Ansonsten haben wir nichts weiter. Ja. Das wird es sein im nächsten Part. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Falls ihr noch Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann ihnen nachgehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda Junge. Tschüssi.